Es ist nichts mehr zu spüren vom Gewusel des Nachmittags, nichts mehr zu spüren von der Hitze. Fast 35 Grad, kein Schatten, das zehrt. Es sind noch viel, viel mehr junge Leute zusammengekommen als in den letzten Tagen hier im Techopark am Rande von Lissabon. Und trotzdem herrscht eine ganz andächtige Stimmung. Im Moment ist Klatschen zu hören, es ist Musik zu hören, aber die Menschen sind ruhig und vereint im Glauben. Die Vigil, die Nachtwache, ist für viele, mit denen ich gesprochen habe, der Höhepunkt des Weltjugendtags. Die Dunkelheit, die Gebete mit dem Papst, all das entschädigt auch für die Strapazen der letzten Tage. Die jungen Leute werden hier im Techopark die ganze Nacht verbringen. Vereint in ihrer Gemeinschaft und vereint in ihrem Glauben.